In Kaiserslautern Salsa tanzen lernen. Hier in diesem Video geht es darum, dass du im Umkreis Kaiserslautern Salsa tanzen nernst. Wunderschönen guten Tag, dir sei gegrüßt. Hier grüßt dich der Sian, Sian Jerome McCray. Salsa Tanzlehrer, Salsa Privattanzlehrer vom ALETV, IHK, World Dance, Konzil, Gütesiegel, ausgebildeter Predikast-Tanzlehrer. Ich möchte dein persönlicher Salsa Privattanzlehrer werden. Wenn du dir vorstellen kannst, über Salsa Privatstunden tänzerisch nach vorne katapultiert zu werden, dann hier die Entscheidungsmöglichkeit für dich. Lass uns telefonieren, denn es geht hier darum, dass du in deinen eigenen vier Wänden bei dir daheim einen Salsa Tanzlehrer für dich beauftragst, der dich im Bereich Salsa nach vorne bringt. Wenn das Thema Salsa lernen über Privatstunden für dich interessant ist, meine Empfehlung an dich, lass uns telefonieren über die 0176 840 44 661. Das ist die Nummer für deinen Salsa Erfolg. Ich habe mich entschieden, dieses Video zu machen, damit du die Möglichkeit bekommst, dich zu entscheiden und zwar für einen Salsa Privattanzlehrer und hier direkt auch einen dann zur Auswahl bekommst. Hier der Tanzlehrer für dich, ich möchte dein persönlicher Tanzlehrer werden. Wenn du dich entschieden hast, dass du einen Katapult bekommst, ich das Katapult und du das Salsa Ziel von mir zugeschmissen bekommst, das heißt, dass ich dich nach vorne transportiere zu deinem Ziel, dann lass uns telefonieren über die 0176 840 44 661. Ich möchte dein Katapult sein, du bist der Tänzer, ich schmeiße dich an dein Salsa Ziel, dass du tänzerisch an deine Salsa Ziele rankommst. Hierfür erneut die Nummer für dein Salsa Ziel, um es zu erreichen, 0176 840 44 661. Die Nummer für deinen Salsa Erfolg. Ich freue mich auf unser Telefonat für deinen Salsa Erfolg. Los geht's!